hallo und willkommen hier zu memory ist ja ja ich muss ganz kurz gucken läuft geil jetzt können das sehen voll so also wir sind charlie ja charlie devon und wissen ein echter monster ja mein alter geisterjäger und zwar wurden wir geisterjäger weil uns selbst man in der vergangenheit ein geist gejagt hat und töten wollte jetzt sind wir seit 96 geisterjäger in der beschreibung steht dieses spiel macht keinen sinn wie die restlichen spiele die ich erfunden habe oder gemacht habe also ich habe keine ahnung was mich hier erwartet ok also ein paar hat ihn anscheinend angerufen oder irgendwie so und hat gesagt dass die schatten sehen und schreie hören und also mit dem gesprochen habe hat im hintergrund eine stimme hören gehört wo gesagt hat kommt finde uns charlie wir vermissen dich ja klingt wie jeder schlechter horrorfilm da hat sich gedacht boah das muss ich machen weil es hört sich an wie dieselbe stimme die ich damals gehört hatte kann ich jetzt nicht einfach anfangen er möchte sich seinen engsten stellen nein ich hoffe das ist nicht zu laut ist dann traktor gerade angegangen also was ist das los was ist das für ein alter ist das natürlich gerade so im zeitlupen effekt fünf mal auf und zu geht kann ich denn überhaupt hier war ja klar anzum geht natürlich also ich kann nur laufen muss ich hier weiß ich was ich machen soll nein hier ist eine waschmaschine waschmaschinen neben der küche sympathisch also den gerade durch die türen auf und zu was ist denn diesen schreien wenn wenn jetzt spielige jumpscares kommen dann klatscht gut dann weiß ich ja schon mal auf was ich mir einstellen kann ne weiß ich ja schon mal auf was ich mir einstellen kann das wird lustig übrigens wenn wir eh grad schon bei der küche guten horrorsinn netflix hat diesen monat letzten monat ich weiß schon gar nicht mehr eine horror-trilogie als filme rausgebracht 4 street teil 1 bis 3 kam innerhalb von drei wochen glaube ich raus schaut es euch an eine richtig gute trilogie mir gefällt es richtig weil da ist auch eine story dahinter es gibt ja selten horrorfilme mit einer guten story die und schwingen rein ja oder kundin universum ja jetzt sieht es auch aber so freilich 13 und so zum beispiel oder so ist ja einfach nur slasher hauptsächlich aber deswegen schaut es euch mal an hier street story ganz cool ja ist ja ok renn halt weg müsste ich nicht angst haben du bist doch der geist 4 street schaut es euch an ich empfehle es euch einfach mal ja also ich denke mal das ganze heißt memories einfach weil ey ganz ehrlich ist mir eigentlich so egal sind es für oh fuck ja dann mach doch weiter du arschloch hä warum geht es denn jetzt von vorne los bist du behindert ich habe noch nie gesagt dass du gehen musst ach komm jetzt wieder der tolle jumpscare oh nein doch nicht hä ach so geht es dann hä hä ich verstehe es ja immer nicht warum hier in dieser scheiß ja ne mit zwei waschbecken und nichts irgendwie von regalen oder so in der scheiß waschmaschine steht warum wer macht denn in der küche seine waschmaschine hin bei so einem haus das ja schon etwas größer ist sieht zwar absolut langweilig aus da ist ja gar nichts in diesem haus es ist einfach nur so ein klotz der da ist kann ich hier nirgendswo hin ich will nicht hier ranzoomen sonst werde ich noch erschreckt hier ist ein Schrank der ist so offensichtlich ach was ist denn das jetzt I need to get out ach Gott ist das creepy ach hallo was ist jetzt los werde ich jetzt sterben oh ganz viele Kruzifixe oh mein Gott das gibt mir jetzt aber eine gewisse Angst ich werde nicht verfolgt ich weiß nicht mal ob ich verfolgt werde anscheinend nicht ich muss ganz schnell hier weg ich werde aber noch nicht mal verfolgt ist das gruselig wow aber die Musik sie ist ja spannend ich komme hier gar nicht durch ja neu Hauptsache die Musik kickt rein man kennt es oh alter ich werde noch nicht mal verfolgt blöde Sau du Arschloch ähm er hat es endlich geschafft zu entkommen er wird das ganze melden ich meine er ist doch der Geisterjäger warum meldet er es er ist doch der scheiß Geisterjäger der echte Geisterjäger der professionelle Geisterjäger wo zur Hölle bin ich oh story das ist ein altes Haus mitten auf einer Wiese wo nichts ist was ist denn los bei dem ist der behindert ach es geht oh mein Gott es geht weiter ich habe jetzt schon gedacht es wäre vorbei schade es geht weiter fuck my life okay ich bin im alten Haus okay okay Ja. Check der Security-Camp. Halt die Fresse, du bist ein Bastard. Das war, also, das war gerade sehr laut. Sehr laut. Ihr hört es ein bisschen leiser. Ich nicht. Ne? So ganz nebenbei. Ach, jetzt muss ich die, komm, hier. Trink, kann man auch so... Was sind denn das für zwei Gestalten jetzt gewesen? Die waren grustiger als der Chomsky davor. Mein Gott, haben die mir gerade Mitleid gegeben, die Bastarde? Das sind wahrscheinlich die Entwickler, ne? Na? Komm, jetzt gleich noch ein Chomsky, der so absolut krass war. Nein, hier darf ich nicht gehen. Lass mich raten. Was ist? Wo bin ich denn? Ach, ne, ich bin wieder in diesem Scheiß-Ort. Ey, die, dafür sind die Türen anders da aus. Alter. Also, das hat mich ja richtig geflasht, dieses Spiel. Dieses, da ist immer noch die Waschmaschine, by the way. Dieses Spiel... Muss ich das verstehen? Ich warte nur darauf, bis den Chomsky kommt. Trink einen Kaffee aus der Vogelfrei-Tasse. Dadurch schmeckt jeder Kaffee um 10% mehr, ne? Und jeder, jedes alkoholische Getränk wird automatisch einen Kaffee. Geil. Ich hab grad bemerkt, der Kaffee schluss. Oh. Ein SCP. To be continued. Das Spiel war so gut. Da möchte ich bestimmt weiterspielen, wenn ein zweiter Teil rauskommt. Hat mir mega gefallen. Cool. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So wie mir. Memories. Gerstel, das Spiel geht nicht in die Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.